Hallo Leute, ich sehe so scheiße aus. Ich habe mich aber auch, ich habe das Gefühl, schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Es ist nichts Spannendes passiert, deswegen gab es keinen Grund, mich zu melden. Und ich hatte eigentlich vor, mich nicht immer wegen jedem Piss zu melden. Nur mein Problem ist, das Problem ist im Moment, das Problem, das Problem, wie oft will ich noch in einem Satz sagen, Problem, ist, dass ich im Moment ja, wie gesagt, immer schon ein bisschen vorproduziert habe in letzter Zeit. Also vor allem jetzt im Dezember, im letzten Monat sozusagen. Und da habe ich sehr, sehr viel vorproduziert, was Hauptvideos angeht. Und ja, es kamen mega viele Vlogs im Dezember, dadurch, dass ich jeden Tag einen Vlog hochgeladen habe. Und in meinen Vlogs erzähle ich halt schon Sachen von Hauptvideos, eben wo ich Boxen ausgepackt habe und so. Und habe, sagt schon, wie ich die Sachen fand. Und ihr habt das Hauptvideo dazu noch nicht mal gesehen. Und das ist irgendwie echt ärgerlich. Aber ich weiß im Moment auch noch nicht anders, wie ich das alles packen soll. Vor allem jetzt in letzter Zeit drehe ich kaum noch Vlogs. Und eigentlich muss ich das machen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich mal das Gefühl habe, dass mir die Vlogs ausgehen. Das ist echt krass. Also, pff. Aber, ähm, ja, so ist das dann halt. Ich, ähm, arbeite aber auch daran, jetzt die Hauptvideos nach und nach zu schneiden. Ich will aber trotzdem... Klar, ich habe im Moment mega viele Hauptvideos und könnte jetzt standardmäßig jeden Mittwoch ein Hauptvideo hochladen und dann einfach nur immer sonntags die Vlogs hochladen. Dann wäre das vielleicht auch irgendwie zeitlich wieder ein bisschen besser. Aber ich will das nicht machen, äh, weil ich einfach ganz froh bin, dass ich im Moment so einen Puffer habe mit Hauptvideos, weil ich mich da nicht unter Druck setze. Oh, scheiße, du musst mal wieder ein Hauptvideo drehen. Weil wenn ich unter Druck stehe, fällt mir meistens erst recht nichts ein. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich so ein paar Hauptvideos dann schon mal fertig habe. Das ist natürlich alles irgendwie dann ziemlich verschoben, aber mal gucken. Ich habe ja hier auch noch meine ganzen Weihnachtsgeschenke zu liegen, also die ich zu Weihnachten bekommen habe. Noch nichts davon berührt, also noch nichts wirklich angefasst, klingt dumm. Aber, ähm, wie gesagt, einige Sachen noch nicht ausprobiert, noch nicht geguckt, die Filme und gemacht. Weil mir ja noch eine Sache fehlt, die erst jetzt im Januar kommt. Die müsste diese Woche oder nächste Woche kommen. Ähm, was ja erst halt, wie gesagt, später kommt, weil das ja meine Eltern bestellt hatten. Und da stand ja, dass es halt, ähm, jetzt erst im Januar kommt. Und ich will euch ja meine Weihnachtsgeschenke, das Video zeigen, wo komplett alles da ist. Und ich habe ja auch Gutscheine, die ich einfach noch nicht eingelöst habe. Aber gut, Gutscheine halten sich ja eine Weile. Aber trotzdem, und ich möchte gerne halt anfangen, die Filme einzusortieren und zu gucken. Und überhaupt die ganzen Produkte hier zu verwenden und tralala. Und ich habe auch noch ein paar im Schrank. Deswegen, ähm, ja, ich hoffe, dass es demnächst kommt, damit ich das dann auch abdrehen kann. Damit ich das dann vielleicht auch bald mal hochladen kann. Weil ich will euch ja mein, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, Video nicht erst im Juni zeigen. Weil das bringt halt auch gar nichts. Ja, und dann habe ich jetzt auch gerade gesehen, dass, ähm, Dynamites Live quasi als Kanal jetzt geschlossen ist. Ähm, also der Kanal von Sandy und Daniel. Und die jetzt einfach alles, äh, die Vlogs auf, ähm, Sandy Dynamite verlegen. Also auf ihren Hauptkanal, weil sie den ja jetzt immer ziemlich vernachlässigt hat. Und blablabla, haben sie alles auch nochmal in ihrem Video erklärt, in ihrem letzten Video. Und klar, es ist irgendwie schade, dass sie den Kanal schließen. Vor allem, weil sie ja immer noch, wo sie so richtig aktiv waren auf dem Kanal, immer gesagt haben, oh mein Gott, wir wollen 100.000 Abonnenten. Jetzt sind sie gleich bei 91.000. Und, ähm, ja, und jetzt auf einmal, okay, jetzt ist der Kanal so zu. Klar, weil sie das so trennen wollten. Und ich kenne ja mega viele YouTuber, die so einen Hauptkanal haben und einen Vlog-Kanal. Und weil viele das immer total gerne getrennt machen. Und ich wollte das früher auch so haben, weil ich das so cool fand. Weil dann irgendwann mega viele mit angefangen haben, so, okay, man trennt Hauptvideos und Vlogs. Und, ähm, Melina hatte ja irgendwann ihren Vlog-Kanal auch zugemacht. Und, ähm, hat dann angefangen, ihre Vlogs auch auf ihrem Hauptchannel hochzuladen. Ähm, weil man einfach doch irgendwie alles beisammen haben will. Ähm, ich muss sagen, ich überlege gar nicht mehr, mir einen zweiten Kanal aufzumachen und da die Vlogs hochzuladen. Ich weiß, dass auf meinem Kanal vielleicht nicht alle die Vlogs mega feiern und einige wahrscheinlich nur die Hauptvideos gucken. Ähm, aber würde ich meine Vlogs auf einem anderen Kanal verlegen, dann würde auf meinem Hauptkanal halt mega selten so Videos kommen. Und das, äh, finde ich halt auch irgendwie scheiße. Und, äh, weil dann müsste ich halt wirklich jede Woche ein Hauptvideo hochladen. Und das, ähm, schaffe ich einfach nicht. Ähm, weil ich dafür einfach, äh, mir wahrscheinlich die Ideen fehlen und ich dafür auch gar keine Zeit habe. Ähm, gut, im Moment wahrscheinlich schon, aber das ändert sich ja auch wieder. Und, äh, vorher hatte ich eh keine Zeit für sowas. Ja, und deswegen bin ich ganz froh, dass ich keinen zweiten Kanal habe. Ähm, und dass ich schon immer alles auf einem einzelnen Kanal hatte. Ich weiß zum Beispiel, dass Luna irgendwann angefangen hat, einige Videos auf so einem Hauptkanal zu machen, die sie hat. Dann hat sie so mehr kreativ, also sie macht immer kreative Videos, aber so, die halt, äh, wirklich oftmals nur so mit Musik unterspielt sind. Und sie halt immer sowas auch wie Lookbooks und so, glaube ich. Dafür hat sie ja einen extra Kanal und eben so einen Gaming-Kanal, äh, wo sie halt Let's Plays hochlädt, wo sie, glaube ich, bisher nur eins hochgeladen hat. Also, und Melina hat ja zum Beispiel auch einen Gaming-Kanal, wo sie so Let's Plays hochlädt. Ich mache ja sowas nicht, Let's Plays, ich gucke es nur, ähm, unglaublich gerne, aber ich mache es halt nicht, weil ich selber nicht gerne spiele. Ich gucke es mir nur bei anderen an. Und, ähm, ja, deswegen würde bei mir ein Gaming-Kanal eh nichts bringen. Aber wie gesagt, ich könnte mir halt nicht vorstellen, doch irgendwie noch einen zweiten Kanal aufzumachen. Einerseits habe ich es mir, wie gesagt, manchmal schon überlegt, ähm, vor allem eben damals, äh, wo das eh fast jeder gemacht hat, weil da dachte ich dann halt auch, ja, das wäre vielleicht für die Leute viel, viel cooler. Aber, wie gesagt, das würde ich einfach zeitlich nicht schaffen. Und, ähm, ja, es würde einfach keinen Sinn machen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut so, wie es ist. Also, falls sich da mal jemand gefragt hat, ey, du hast du nicht mal Bock, einen zweiten Kanal aufzumachen und da die ganzen Vlogs hinzupacken? Nein, sorry. Aber weil sonst, ähm, ja, der, mein Hauptkanal ist mir einfach verdammt wichtig irgendwie. Das ist, bleibt auch so mein einziger Kanal, Hauptkanal. Das ist mein einziger Kanal und den ich habe und, ja, das reicht mir auch so. Klar habe ich früher vor allem auch oft überlegt, weil das ist der Kanal, den ich mir damals erstellt habe, wo ich selber nur YouTube-Videos geguckt habe und kommentiert habe und weiß, was ich und Leute abonniert habe. Und der hieß einfach mal früher Natascha Virginia und dadurch steht das teilweise immer noch irgendwo, findet man diesen Namen Natascha Virginia immer noch. Und das hat ja gar nichts mit mir zu tun und das ist das, was mich bis heute so ein bisschen nervt. Da habe ich mir früher schon immer überlegt, oh, sollte ich den Kanal zumachen und einen neuen aufmachen, wo man direkt rauslesen kann, Betty's Crazy Beautiful Life oder irgendwas mit meinem Namen. und nicht mit irgendeinem anderen Namen. Aber da hatte ich dann irgendwann schon so viele Videos hochgeladen, ähm, die wollte ich dann nicht alle wieder auf einem neuen Kanal hochladen, um denen hier dann zuzumachen. Und dann hätte ich ja nicht die Kommentare und Klicks und alles und Likes und Dislikes mitgenommen und das wäre halt irgendwie schon blöd gewesen. Ich weiß nicht, ähm, Luna hat ja irgendwann auch alles auf andere Kanäle verschoben. Da hat ihr, glaube ich, Kluge geholfen. Aber ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie hat sogar die Klicks und die Likes und alles mitgenommen. Aber ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, da hat ihr ja Kluge geholfen. Ich habe niemanden, der mir bei sowas hilft und ich weiß selber auch nicht, wie das geht. Ich könnte mich wahrscheinlich im Internet schlau machen, aber so einen Aufriss will ich jetzt hier nicht machen. Das ist schon so in Ordnung, wie es ist. Das ist ja nicht das Schlimmste und damit ist alles cool. Ja, und dann im Moment läuft mein Kanal irgendwie echt gut. Ich bin erstaunt, obwohl ich ja jetzt nicht mehr jeden Tag einen Vlog hochlade. Ich hatte ja zwischendurch echt Angst, dass es nur daran liegt, weil ich jeden Tag einen Vlog hochlade oder dass es nur ein dusliger Weihnachtsscherz war. Aber ich habe jetzt schon 470 Abonnenten. Okay, 71, wenn man genau hinguckt. Genau hinguckt, aber ne. Wenn man das genau zählt. Und irgendwie ist das voll krass, dass es trotzdem noch weiter so aufsteigt. Und das finde ich irgendwie cool, dass doch irgendwie immer mehr Leute Gefallen an meinen Videos finden und die ganz gut finden. Ich bin da echt erstaunt. Freut mich unglaublich auf jeden Fall. Hätte ich nie so gedacht. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Auch wenn ich trotzdem ein bisschen glücklich wäre, wenn meine Community vielleicht ganz klein geblieben wäre. Klar bin ich glücklich, wenn es mehr wird, aber ich habe halt auch Angst davor, zu groß zu werden. Ich weiß, jeder freut sich eigentlich darüber, groß zu werden. Ich habe mega Angst davor. Ja, naja, weil halt mit tollen Leuten auch beschissene Leute dazukommen und Leute, die dich nicht abfeiern. Und damit bekommt man halt auch mehr Hater. Und darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Und ich frage mich immer wieder so, wie andere Leute, vor allem auch große Stars, damit klarkommen. Zum Beispiel so Leute wie Ashley Tiste, die ja mittlerweile auch einen YouTube-Channel hat. Und da sehe ich ja teilweise auch manchmal Kommentare, wo ich denke, oh Gott. Und sowas, weiß ich nicht, also ich bin immer wieder erstaunt, wie Leute mit so viel Hate klarkommen. Ich meine, so viel Hate bekomme ich ja nicht, weil ich auch nicht so viel Reichweite habe. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass ich nicht so viel Reichweite habe, weil, boah, ich bin immer echt erstaunt, wie... Aber ich glaube, die Sache ist einfach die, ich glaube, eine Ashley Tiste oder weiß ich wer, liest sich wahrscheinlich auch nicht jeden einzelnen Kommentar durch, weil es einfach unmöglich ist, kann auch nicht jede Nachricht lesen. Auch eine, Jennifer Weiss zum Beispiel nicht, die hat jetzt keinen YouTube-Channel, aber ich meine halt, die hat ja schon Reichweite so auf Instagram. Sie macht halt Insta-Stories und so. Und ich weiß ja auch, sie teilt ja oftmals die Hate-Nachrichten, die sie bekommt und blockiert die Leute auch oft, sagt sie ja dann auch immer, wenn sie ein paar Leute blockiert. Nicht immer, aber ab und zu sagt sie das ja auch, spricht ja bestimmte Dinge an. Aber da denke ich mir auch immer dann, wow, es ist echt krass. Also es ist, wow. Also einerseits will man ja mit der Community agieren, aber wenn ja immer irgendwelche Leute dazwischen funken, die echt... Scheiße sind. Das ist echt uncool. Wie auch immer, ich bin jetzt bei 470 Abonnenten und meine Aufrufe sind bei 170.225. Also meine gesamten Kanalaufrufe, also hier Videoaufrufe zusammen sind es ja, glaube ich, immer. 170.225. Ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Aber da hatte ich ja eh schon mal relativ viele, obwohl ich nie viele Abonnenten hatte. Aber weil ich halt auch Videos noch habe, die teilweise mega viele Klicks haben. Das mit den meisten Klicks hat bei mir 48.778 Klicks. Ich bin voll licht von den Socken. Das ist ein XXXL Haul Teil 1. Und der zweite Teil ist irgendwo mega weit unten, wo ich mir denke, alle gucken nur den ersten Teil, keiner guckt den zweiten Teil. I don't know. Vor allem dieses XXL hat wahrscheinlich XXXL... Oh mein Gott, ich kann das schon nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ist das sowas, wo Leute draufklicken? Oder warum ist das so krass? Egal. Ja, und dann habe ich halt unter anderem hier auch so Videos with Ashley Tissier. It's very funny. Das hat zum Beispiel 3000 Klicks. 3.146, um genau zu sein. Aber das sind so quasi Ashley Tissier-Compilations, wo sie halt so lustige Sachen, wo Outtakes und alles sowas. Und wo sie lacht und tralala. Sowas eben. Das habe ich ja früher auch mal gemacht. Und das habe ich ja bis heute noch auf meinem Kanal online. Ja, weil ich das ganz gut fand. Und ich will es halt auch nicht runternehmen. Das ist auch... Das habe ich zwischendurch mal hochgeladen. Also ich mache ja schon eine Weile YouTube. Sag ich mal zum Beispiel, hier ist ja zwischendurch ein Video von vor fünf Jahren. Und das mit Ashley Tissier ist zum Beispiel von vor vier Jahren. Also... Ja. Deswegen, ich nehme das jetzt auch nicht runter. Das ist mir jetzt nicht... Also klar, es hat nichts mit mir zu tun. Aber es ist halt ein Video, was ich erstellt habe. Klar, ich habe nicht die Rechte an den Bildern und blablabla. Ja, ich verdiene ja hiermit auch kein Geld. Deswegen, ja. Auf jeden Fall bin ich mega erstaunt irgendwie, dass... Das doch irgendwie in letzter Zeit so steigt. Klar, ich glaube, die Abonnenten steigen natürlich auch schneller, wenn man schon eine gewisse Reichweite hat. Dann umso größer man wird, umso schneller steigt, glaube ich, auch die Abonnentenzahl. Klar, wenn man dann bei 1000 ist, dauert es natürlich länger, bis du zu 2000 kommst. Das ist wie, von 1 zu 10 zu kommen oder von 10 zu 20 zu kommen, geht halt fixer als von 100 zu 200 zu kommen oder von 200 zu 300 zu kommen. Und so ist es dann auch, ne? Das geht dann natürlich wieder fixer als von 1000 zu 2000 oder von 2000 zu 3000 und so weiter. Also klar, aber ich meine halt so, wenn man eine gewisse Anzahl hat. Ja, einerseits ist es schon cool, dass so viele Leute scheinbar an meinen Videos gefallen finden. Das macht mich unglaublich glücklich. Und ich hätte nie, also wo ich angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass überhaupt so viele Menschen überhaupt gefallen finden würden an dem, was ich mache, sage, tue, wie auch immer. Aber es macht mir, wie gesagt, auch ein bisschen Angst, dass dann doch scheinbar so viele Menschen meine Videos gucken und mich ja doch irgendwie wissen, wer ich bin. Und das ist schon irgendwie gruselig. Deswegen habe ich mittlerweile auch irgendwie immer Angst, auf der Straße rumzulaufen. Und ich habe immer Angst, neue Menschen kennenzulernen. Das klingt total dämlich, weil eigentlich liebe ich es, irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Aber irgendwie habe ich ja auch mega Angst davor, weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie mega gruselig. Ich meine, klar, ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass irgendeiner mich kennt. Vor allem bei der kleinen Reichweite ist es ja dann doch irgendwie unmöglich und als ob mich jeder Zweite kennt. Aber wie gesagt, ich kenne es ja von den großen YouTubern, wie viele Probleme die teilweise haben. Immer Stress, also weil die oft angesprochen werden und tralala. Und vor so, was habe ich irgendwie Angst. Keine Ahnung, klar, ich freue mich, wenn ich angesprochen werde von Leuten und nach Fotos gefragt werde. oder also nach einem Foto gefragt werde oder wie gesagt, nach irgendwie generell einfach angesprochen werde. Das ist schon cool, aber es ist auch irgendwie trotzdem beängstigend. Und ich weiß nicht, ich könnte das irgendwie nachvollziehen, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, schwer zu verstehen. Aber ja, einerseits ist es schön, andererseits auch irgendwie gruselig. Also es ist ein schöner Albtraum, ich weiß nicht. Oder ein schrecklicher, schöner Traum, ich weiß nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist irgendwie auf jeden Fall super, super komisch. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Aber naja, gut, ich rede schon wieder zu lange. Aber ich wollte es mal ansprechen. So. Tschüssi. Hallo Leute. Ich sehe total fertig aus. Es liegt auch daran, dass ich mega fertig bin. Ich war heute wieder beim GZS-Z-Dreh. Entschuldige bitte die Unordnung auf meinem Bett. Aber ich habe meine Sachen einfach nur hingeschmissen, als sie nach Hause kamen. Ja, ich war heute wieder beim GZS-Z-Dreh. War mal wieder Kaffeegast. Hat mich sehr gefreut. Weil das war ich ja bisher nur einmal. Und deswegen war es echt cool, nochmal Kaffeegast zu sein. Das war mein erster Dreh für dieses Jahr. Finde ich ein bisschen cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Als ich, wann habe ich die Nachricht gekriegt? Vorgestern oder so. Und ja, dafür musste ich aber schon 7.30 Uhr da sein. Das heißt, ich bin mit dem ersten Bus hier gefahren, der hier fährt, um 5.04 Uhr. Das heißt, ich bin 3.50 Uhr aufgestanden. Alter. Ich bin so tot. Wirklich, ich kann nicht mehr. Es ist, naja, abgesehen davon, dass ich gestern Abend jetzt auch nicht so gut einschlafen konnte, bin ich heute Morgen trotzdem erstaunlicherweise ganz gut rausgekommen. Dennoch bin ich jetzt einfach tot. Ich bin, also auf dem, ich habe mir heute Morgen einen Kaffee gemacht. Dadurch ging das wahrscheinlich. Hinweg war in Ordnung. Dort war es in Ordnung. Rückweg habe ich dann ein bisschen geschlafen, so immer ein bisschen gedöst. Als ich dann zu Hause war, habe ich noch ein Paket ausgepackt und so, weil meine Mutter ja wieder und ich bei EMP bestellt hatten. Wieder noch ein paar Kleider, so für die Reise und so. Und auf jeden Fall, ja, bla bla bla. Mein Vater hat dann gefragt, ob ich Hunger habe. Aber ich hatte ab dem ganzen Tag jetzt nur so Würstchen gegessen und so eine Salamis und Käsekuchen. So diesen von, keine Ahnung, so ein Frischkäse, Käsekuchen hier, der im Körig, also ein kleines Stänkchen, weiß ich. Auf jeden Fall, ja. Und eigentlich habe ich dann gedacht, komm, dann isst du dann den ganzen Tag weiter nichts mehr. Aber als mein Vater mich dann gefragt hat, ob wir was essen wollen, habe ich dann gefragt, ja, was denn? Und dann meinte er halt, ja, was wir da haben. Und dann meinte ich halt, ja, ich würde auch gerne bestellen. Und dann hätte er jetzt nein gesagt, dann hätte ich nichts gegessen wahrscheinlich. Oder nur so shit in mich reingeschoben. Und jetzt haben wir, oder jetzt, und dann hatten wir halt beim Inder bestellt. Ich war ja so gegen 13 Uhr, glaube ich, zu Hause. Ja, gegen 13 Uhr. Und dann haben wir beim Inder bestellt und haben Indisch gegessen. Ich habe mein Essen nicht geschafft. Deswegen werde ich den Rest wahrscheinlich morgen oder übermorgen essen mal gucken. Ja, und dann war ich so voll gefressen, dass ich mich erst mal hinlegen musste und schlafen musste. Und jetzt habe ich geschlafen bis jetzt. Eigentlich könnte ich noch länger schlafen. Aber mein Hund hat mich geweckt, weil er mich pünktlich um 17 Uhr erinnert hat, dass er jetzt Hunger hat wegen was essen. Und dann habe ich ihm was zu essen gegeben. Und jetzt bin ich halt wach. Also ich habe noch eine Weile auf der Couch gelegen und am Handy geglotzt. Aber jetzt bin ich einfach wach. Also was heißt wach? Ähm, ich bin immer noch übel müde. Aber da ich ja wie gesagt heute noch ins Kino gehe mit meiner Cousine und meiner Mutter und wir gucken Pitch Perfect 3. Das heißt, äh, ja. Und ich wollte jetzt nicht ganz so fertig sein. Deswegen stehe ich jetzt schon mal auf, damit ich nachher nicht ganz so fertig aussehe, dass ich mein Gesicht jetzt ein bisschen erholen kann. Ich mich gleich auch noch mal ein bisschen fertig machen kann. Also ich glaube, so schminken würde ich nämlich nicht noch mehr. Habe ich keinen Bock drauf. So, ich lasse mich einfach so. Aber ich werde mir noch was anderes anziehen und so. Ja, aber wie gesagt, der Dreh heute war echt cool. Ähm, es hat mir echt wieder Spaß gemacht. Ich merke einfach immer, diese Komparsenjobs irgendwie, die machen mich echt glücklich so. Ich weiß nicht, aber die erfüllen mich irgendwie voll. Vor allem, weil ich heute halt auch echt oft so eingesetzt wurde. Also, wenn ich mir überlege, beim letzten Mal, wo ich Kaffeegas gespielt habe, da haben wir erst mal ewig gewartet, bis wir überhaupt drankamen. Und, ähm, ja. Jetzt hatte ich auch immer das Gefühl, dass sie, ich war immer eine der Ersten, die sie mit ausgewählt hat, die sie irgendwo eingeteilt hat. Also die, die für die Komparsen halt zuständig war. Und das fand ich halt irgendwie cool. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach nur zufällig. Aber es fand ich halt echt cool, dass sie das so, dass sie mich halt immer so oft ausgewählt hat. Beziehungsweise, es gab ja auch manche, die konnten manchmal nicht eingesetzt werden. Aber wie gesagt, ich, ähm, war, glaube ich, immer eingesetzt. Und das fand ich irgendwie cool. Also, es war halt echt, ähm, hat mir halt echt Spaß gemacht, so. Und vor allem hat mir auch eine andere Komparsin gesagt. Also, weißt du, weißt du, däh? Das war zwischendurch so, nachdem Kameraumstellung war, ähm, da mussten dann zwei Komparsen von ihren Plätzen weg, weil da genau der Kameramann hin musste. Ich sollte aber sitzen bleiben, weil ich wohl im Bild sei. Aber ich musste das Gleiche machen, was ich eben davor mit den Komparsen gemacht habe. Das heißt, man muss ja immer als Komparse oftmals so, zum Beispiel, wenn du Kaffeegast bist, dann musst du immer so tun, als ob du mit den anderen so redest, so. Versteht ihr? So ein stummes Spiel eben. Und, ähm, da musste ich das halt nochmal machen, aber eben dann nicht mit den anderen zusammen, sondern ich musste die ganze Zeit so tun, als ob ich mit denen noch rede, obwohl die da gar nicht mehr saßen. Ich glaube, im Endeffekt war ich gar nicht im Bild. Aber, ähm, ja, es war irgendwie schon ein bisschen blöd. Aber, naja, und dann meinte halt die eine Komparsen, mit der ich mich ja eigentlich so quasi unterhalten sollte, mit der ich das ja auch vorher gemacht hatte, sie meinte dann so, äh, dass ich das echt gut gemacht habe. Das fand ich irgendwie cool, dass sie mich da so gelobt hat. Also, ich finde das immer, ist eine schöne Atmosphäre, so Komparsen sind halt untereinander, weil man unterstützt sich und das ist irgendwie so cool. Man ist halt so mega nett zueinander und das ist halt irgendwie, ich mag das unglaublich gerne, äh, diese Atmosphäre, wie gesagt. Klar, alle sitzen im gleichen Boot, aber das hat ja meistens nichts zu heißen. Ich sag ja nur, bei YouTube sitzen meiner Meinung nach auch alle im gleichen Boot und voll viele verhalten sich beschissen. Also, nee, aber wie gesagt, also, das hat mich irgendwie auch mega gefreut. Ja. Ich melde mich wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall nochmal nach dem Kino, um euch zu sagen, wie ich den dritten Teil dann von Pitch Perfect fand. Ähm, ja, ich muss mich jetzt auf jeden Fall erstmal fertig machen und so. Ich hab das Gefühl, mein Gesicht ist angeschwollen. Aber vom Schlafen, ich muss ja auch eigentlich noch ein bisschen was aufräumen. Ich hab gar keinen Bock. Ja, ich hab auch noch meinen Rucksack hier. Da sind eigentlich auch noch fast alle Sachen drin, die ich mitgenommen hab, weil ich auch noch keinen Bock hatte, den auszupacken. Aber gut, den packe ich eh immer meistens mega spät erst aus, weil ich einfach keinen Bock habe. Naja, wie auch immer, äh, ja, das war's. Hi, Leute. Ich bin zurück. Ich bin schon ein bisschen länger zurück. Ich hab nur nochmal ein paar kleine Sachen gemacht, deswegen, ich melde mich jetzt erst. Ich wollte mich nämlich jetzt eigentlich abschminken, aber dann ist mir eingefallen, jo, ich wollte mich doch noch bei euch melden. Ich hab mich übrigens umgezogen. Hab ich ja gesagt, hier, ich hab mein Oberteil aus Leipzig angezogen, mein Pullover. Dann hab ich diesen Rock angezogen, hier. Dieser hier von, äh, Dings. Ähm, H&M war der, glaub ich. Ich drin dazu halt eine schwarze Strumpfhose. Und was ich heute anhatte, im Kino war mein schöner, wie nennt man das? Dieses Überziehding hier aus Leipzig, was mega toll war. Und ich hatte es noch nie, also außer in dem Haul hatte ich es ansonsten noch nie an, weil ich nicht wusste, wann ich es anziehen soll. Ich wollte jetzt von meiner Softbox filmen, deswegen hat es gerade so geschwankt mit dem Licht. Sorry. Ja, und ich hab, wie gesagt, den noch nie so richtig angehabt, außer für den Haul. Und als ich dort in Leipzig war, um den anzuprobieren, weil ich noch nicht so wirklich die Gelegenheit gefunden hab. Und heute hab ich gedacht, wenn ich so in Grey gehe, passt der ganz gut. Oh, Scheiße, ich muss Akku aufladen. Aber ich glaub, das kriegt die Kamera noch hin. Also, Pitch Perfect 3 war unglaublich schön. Also, ist jetzt der letzte Teil. Es ist schon irgendwie traurig, ich muss sagen, ich hatte schon zwischendurch so ein bisschen Pipi in den Augen, wo alle Bellas halt schon anfangen wollten zu heulen. So, da war ich schon so ein bisschen, mhm. Aber es ging, ich konnte mich zusammenreißen. Weil ganz so schlimm war es nicht, weil zwischendurch einfach oft wieder so lustige Sachen passiert sind. Deswegen, ja, aber es war echt schön. Also, ich muss sagen, wer die ersten beiden Pitch Perfect Filme mochte, wird den dritten Teil auf jeden Fall auch mögen. Es ist, oder wer die ersten beiden Teile geliebt hat, wird den dritten auch lieben. Es ist, ähm, ja, ich mag dieses Acapella-Ding. Acapella, versteht ihr? Wegen Bellas und, mhm. Okay. Alle, die jetzt Pitch Perfect noch nie gesehen haben, werden jetzt diesen Witz nicht verstehen. So, egal. Ähm, ja, und ich fand den halt, wie gesagt, wieder echt schön. Und bei den Songs, wie gesagt, hatte ich teilweise wieder so, oh, Gänsehaut irgendwie. Ich saß öfter im Kino und hatte Gänsehaut. Und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass es immer zwischendurch plötzlich kalt geworden ist. Ich glaube, es war wirklich, in letzter Zeit hatte ich echt das Gefühl, ich fühle echt viel. Also, klar, ich habe schon immer Musik irgendwie gefühlt, aber, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber irgendwie, wenn ich gute Musik höre, kriege ich echt oft Gänsehaut in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe da mittlerweile echt, pfff. Ja, es ist, aber das hatte ich ja auch schon oft irgendwie, weiß ich nicht, bei vielen anderen Sachen. Auf jeden Fall war es das. War es auf jeden Fall echt schön. Und danach sind meine Mutter, meine Cousin und ich haben wir noch einen Cocktail getrunken zusammen. Und, ja, haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und dann haben wir uns eigentlich schon wieder auf dem Weg nach Hause gemacht. Ich meine, es ist ja jetzt auch spät. Wir haben ja schon nach 0 Uhr. Ja, achso, und ich habe heute, seht ihr kaum noch wahrscheinlich, nur noch ein bisschen den MAC-Lippenstift in der Farbe Stone drauf gehabt. Der hat halt einfach gepasst zu diesem ganzen Grauen heute. Oh, ich habe es einfach geliebt heute. Heute war ich so all gray oder all dark auf jeden Fall. Aber fand ich jetzt gerade gut. Also, nicht heute den ganzen Tag, aber im Kino auf jeden Fall und so. Ja, also wie gesagt, ich fand den Film unglaublich schön. Ich habe auf jeden Fall vor, sobald der auf DVD rauskommt. Ich hoffe, die machen so eine Setbox, wo alle drei Teile drin sind, weil die würde ich mir dann gerne holen. Ist ja meistens günstiger sowas. Deswegen habe ich mir ja die ersten beiden Teile noch nie auf DVD geholt, obwohl ich die mega gut fand. Aber weil ich halt einfach warten wollte, bis der letzte Teil halt auch rauskommt, dann würde ich mir halt gerne so eine Setbox holen. Ich fand es schon schade, dass es damals das nie für Highschool Musical gab. Dafür hätte ich mir auch gerne so eine Setbox geholt. Echt traurig, dass sie das dafür nie gemacht haben. Ich meine, es gab auch drei Teile davon. Und zur Not hätten sie natürlich auch gerne noch den Chapeys fabelhafte Welt mit reinmachen können. Und wenn nicht, wäre es auch in Ordnung gewesen. Ich hätte einfach das toll gefunden, wenn sie eine Setbox gemacht hätten. Aber nein. Ja, also war unglaublich schön. Mal wieder meine Cousine zu sehen. Also klar, ich habe sie zu Weihnachten gesehen. Aber auch so, man sieht sich sonst immer so selten. Und meine andere Cousine sehe ich häufiger. Auf jeden Fall so in letzter Zeit so. Und deswegen war es mal wieder schön, sie zu sehen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall abschminken. Und werde jetzt noch ein bisschen Gronklet's Place gucken. Zum Einschlafen, so wie immer eigentlich. Was heißt zum Einschlafen? Ich gucke die ja schon immer zu Ende. Und wenn ich merke, ich werde müde, dann gucke ich das noch zu Ende. Und dann schalte ich aus. Ich nenne es immer so zum Einschlafen. Ich fand mich heute irgendwie schon wieder so schön, dass ich am liebsten ein Video drehen würde. Weil ich das irgendwie heute mag. Vor allem mit meinen dunklen Haaren. Mit meinen blonden Haaren. Klar, wäre Stone auch cool gekommen. Keine Frage. Dieser Kontrast wäre es einfach gewesen. Aber heute war ich so dunkel. Und mit diesen dunklen Haaren. Wäre auf jeden Fall ganz geil gewesen. Ich muss auch sagen, ich fühle mich mit dunklen Haaren irgendwie anders. Klingt irgendwie voll dämlich. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin ja kein anderer Mensch geworden, nur weil ich jetzt dunkle Haare habe. Aber irgendwie fühle ich mich anders mit dunklen Haaren. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, ich werde von anderen Leuten anders wahrgenommen mit dunklen Haaren. Was eigentlich fasziniert ist. Was macht eine blöde Haarfarbe? Das sagt gar nichts über einen Menschen aus. Und das, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, dass ich von anderen Menschen anders wahrgenommen werde. Aber ich habe das Gefühl, es sprechen mich auch öfter Leute an, seitdem ich dunkle Haare habe. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Leute nehmen mich anders wahr. Ich habe das Gefühl, jetzt wo ich dunkle Haare habe, nehme ich sogar die Leute ernster. Warum ich das Gefühl habe? Weil ich irgendwie immer dieses Gefühl hatte, mit blonden Haaren war ich für viele immer nur diese dumme Blondine. Blondine und bla, 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 dieses ganze Gesülze. Und irgendwie, ich weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, mit dunklen Haaren ist das jetzt anders. Was eigentlich voll dämlich ist. Weil ich habe mich ja ansonsten nicht verändert. Das ist ja nur die scheiß Haarfarbe, die auch noch einen grünen Stich hat. Aber ja, irgendwie fühle ich mich anders. Vielleicht hat es auch gar nichts verändert. Und ich bilde mir das einfach bloß ein. Aber vielleicht sehen mich die Leute auch gar nicht anders. Oder sie haben mich vielleicht auch noch nie so als dumme Blondine gesehen. Keine Ahnung. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl, dass ich im Blonden nicht so ernst genommen wurde, wie mit dunkleren Haaren. Vielleicht, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Ich weiß es nicht. Morgen werden auf jeden Fall wieder ein bisschen die Spitzen geschnitten. Weil es muss ja auf jeden Fall immer regelmäßig jetzt ein bisschen was ab. Damit ich bald irgendwann nur noch diese Haarfarbe habe. Was meine Naturhaarfarbe ist. Unterscheidet sich kaum von der Haarfarbe. Abgesehen davon, dass die hier grün ist. So leicht. Ja, dieses so dunkle Blond, dass es mir gar nicht gefällt. Aber gut, ich muss sagen, ich habe mich jetzt hieran gewöhnt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mich an meine Naturhaarfarbe auch gewöhne. Ja, mal schauen, was die Zeit so bringt. Okay, gut. Was so Musik angeht und tralala. Dazu wollte ich euch noch was wegen meiner Serie sagen, die ich im Moment gucke. Die Serie Empire. Dazu komme ich aber noch wahrscheinlich entweder zu meinem Fazit oder ich sage euch zwischendurch vielleicht auch noch mal ein bisschen was. Keine Ahnung, bevor ich das Fazit bringe, werdet ihr ja sehen, wenn ihr regelmäßig meine Vlogs folgt. Ach so, bitte keine Angst haben vor dieser gruseligen Puppe hier hinten. So gruselig ist die gar nicht. Wenn ich sie angucke, schon. Aber ich gucke sie einfach nicht an, außer hier im Bildschirm. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass sie hier im Hintergrund ist. Ja, wie gesagt, zu meiner Serie, da komme ich bestimmt noch dazu. Aber ein andermal. So, ich muss jetzt die Kamera hier aufladen und mich abschminken, weil meine Haut ist heute eh für den Arsch. Ich habe mich nur heute im Gesicht geschminkt, weil ich halt, ne? Ich habe mir sogar diese blöde Tagescreme von BB draufgemacht, die ich mal in der Glossybox, glaube ich, hatte. Ja, weil ich, ja, wie gesagt, heute gedreht habe bei GZ Asset. Ansonsten hätte ich mich auch nicht geschminkt. Ich habe mich auch die letzten Tage gar nicht geschminkt. Überhaupt nicht null. Und deswegen, es hat sich echt gut angefühlt, mal sich Ewigkeiten gar nicht zu schminken. Weil ich habe ja auch in letzter Zeit nichts gedreht, weil ich im Moment mega viel da habe. Und es tut echt gut, sich gar nicht zu schminken. Klingt vordämlich, aber es ist einfach so. So, okay, ich wollte schon lange Schluss machen. Redefluss. Okay. Vielen Dank.